Märchen aus Litauen Jägerlatein Einer sagt, »Ich war auf Jagd im Walde, plötzlich sehe ich, da ziehen zwei Wildschweine, eins dicht hinter dem anderen. Ich überlegte bei mir, erschieße ich das eine, dann zerreißt mich das andere. Da zielte ich so, daß ich beide treffen mußte. Kaum habe ich pauksch geschossen, da fällt das andere um, doch das andere bleibt stehen. Dann sprang das erste wieder auf und jagte davon, doch das andere steht immer noch. Ich schaue und schaue, es steht und paßt da. Ich faßte mir ein Herz und ging näher heran, und ich sehe, da steht ein blindes Wildschwein, das einen Wildschweinschwanz zwischen den Zähnen hält. Also siehst du, das erste hatte das alte Blinde geführt, und ich, als ich so schoß, daß es beide treffen sollte, habe ich doch den Schwanz durchgeschossen. Ich nahm den Schweineschwanz, ruckte ein wenig, und das Wildschwein kommt mit. Da habe ich es, ob du es glaubst oder nicht, zu mir nach Hause geführt. Der zweite Jäger sagt, mich zog einmal los auf die Jagd, und es friert und friert ganz entsetzlich. Ich hatte natürlich schon vier Hasen und ein Lutzend Rebhühner geschossen, und gehe weiter. Ich sehe, da kommt ein Rudel Wölfe angerannt. Wo sollte ich nun bleiben? Sofort kletterte ich auf eine Fichte, da war auch schon das ganze Rudelwölfe heran, sie fraßen meine Hasen und Rebhühner, daß sie mich oben auf der Fichte sitzen sahen, und da heulten sie los. Ich rief sofort, fraug einen umgelegt. Auf der Stelle, schnapp, schnapp, verschlangen ihn die anderen Wölfe, viele schoß ich nieder, und immer wieder fraßen die anderen sie auf, und da fiel mir mein Feuersteinzünder herunter, und sie ließ ich meinen Speichel fließen, der fuhr bis zur Erde. So holte ich mir meinen Feuersteinzünder wieder herauf und schoß alle Wölfe nieder. Seit der Zeit hat die Zahl der Wölfe stark abgenommen. ultimative faithful with